Ich habe hier Funktionsterm gesucht, also f von x ist gleich Fragezeichen und ich habe so eine typische Polynomfunktion vierten Grades. An der Stelle muss ich wissen, das schaut ja hier so aus wie eine Parabel, also habe ich hier eine Nullstelle zweiter Ordnung. Also ich schreibe jetzt die Polynomfunktion f von x gleich, also die Nullstelle ist ja bei x gleich minus 2, dann mache ich so eine Klammer, x plus 2 in Klammern. Also immer das verdrehte, weil wenn ich jetzt für das x minus 2 einsetze, kommt 0 raus. Okay, und weil das hier so parabelförmig ausschaut, deswegen zweite Ordnung, deswegen Quadrat. Gut, und hier habe ich auch wieder eine Nullstelle zweiter Ordnung und zwar bei x gleich 0, also mache ich hier so mal x und eben, weil es zweite Ordnung ist, Quadrat. Was ich jetzt noch nicht kenne, ich mache hier so ein bisschen Platz, da mache ich hier so ein a hin. Den Formfaktor a könnte 7 sein minus irgendwas, dazu setze ich einen Punkt ein, den zum Beispiel, den Punkt minus 1, 2, das ist x, y, also einsetzen. 2 gleich a mal minus 1 plus 2 Quadrat mal minus 1 Quadrat. Okay, also ich habe hier, das ist mein x, das habe ich da so eingesetzt und mein y ist das grün, habe ich auch eingesetzt. Und jetzt ist noch gesucht, mein a, und wenn ich das ausrechne, bekomme ich für a gleich 2 und das ist die Funktion. f von x gleich 2 x Quadrat mal x plus 2 Quadrat. So, könnte ich jetzt noch ausmultiplizieren, muss ich aber nicht. Also ausmultiplizieren heißt Binom anwenden, also ich mache es jetzt nur, falls jemand dabei bleiben möchte, falls er das, ja. Also das ist f von x gleich 2 x Quadrat, jetzt Binom, das ist x Quadrat plus 4 x plus 4. Okay, und jetzt dann ült alles rein und dann hätte ich f von x gleich 2 x hoch 4 plus 8 x hoch 3 plus 8 x Quadrat. Wäre ich als Mathelehrer so gemein, euch das zu geben, müsstet ihr im ersten Schritt 2 x Quadrat ausklammern. Also das ist der erste Schritt, dann im nächsten Schritt das Binom, am besten mit der Mindernachtsformel, wenn man es nicht gleich sieht, zu einem x plus 2 in Klammern zum Quadrat machen. Und dann würde man diese ganzen Nullstellen finden und man würde wissen, es sind doppelte Nullstellen und dann käme man rückwärts wieder zu diesem grünen Graphen.